Mythos Pilot, unser Buch ist hier. Es ist unglaublich, wie es entstanden ist. Denn nach vielen Jahren haben Judith und ich uns einmal zufällig in einem Restaurant getroffen und haben gedacht, wir könnten miteinander ein Buch schreiben. Und nach einem Jahr, mehr oder weniger, ist es jetzt hier. Mythos Pilot, das Werk, das zeigt, wie Piloten denken, was sie fühlen und vor allem, wie sie mit dem Beruf umgehen. Das Thema, mit dem Dagmar Grossmann auf mich zugekommen ist, ist Luftfahrt, sprich Piloten. Und Piloten sind natürlich etwas Faszinierendes, das habe ich im Lauf der Arbeit kennengelernt. Piloten ist nichts verboten. Naja, die Conclusion ist, dass dieser Beruf schwierig ist, aber im Großen und Ganzen sind sie alle Helden. Was mir dabei am Besonderen gefallen hat, ist die Charaktere der Piloten kennenzulernen und im Gespräch mit ihnen zu ermitteln, was es bedeutet, in der Luft zu sein. Also so ein bisschen das Gefühl des Fliegens mitzubekommen und so eine Einstellung zum Leben im Cockpit. Und das war besonders spannend. Viele sehr interessante Menschen haben uns Interviews gegeben und haben uns ihr Vertrauen gegeben und ihr Herz geöffnet. Das war wichtig und haben uns einfach gezeigt, was sie denken. Und ich glaube, das war für mich ganz wichtig zu sehen, was das wirklich bedeutet. Ich habe irrsinnig viel dazugelernt und ich bin sehr zufrieden, dass ich dieses Buch gemacht habe und sehr stolz. Natürlich ist es lustig, mit einer lieben Freundin, wie Dagmar Grossmann, gemeinsam ein Buch zu machen unter dem Motto Grossmann und Grohmann schreibt mein Buch. Heute ist ein großer Tag, weil wir die Möglichkeit haben, dass alles das, was wir in den letzten Jahren recherchiert haben, geschrieben haben, interviewt haben und Judith hat einen großen Teil gemacht, das ist heute hier in dieser Form, in diesem Werk. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, endlich nach vielen Jahren das zu Papier zu bringen, was ich mir immer gedacht habe. Und es wird vielleicht auch einigen Leuten helfen, zu lesen, wie schwierig das ist in der heutigen Zeit, so einen Beruf zu haben. Und das Pilot ist hier und es ist fertig und ich bin ganz stolz, wirklich sehr, sehr stolz. Ich habe es auch meinen Kindern gewidmet, weil ich immer wieder sehr viel Zeit damit verbracht habe und ich danke auch der Judith ganz viel und vor allem danke ich allen Piloten und noch einmal, für mich sind alle Piloten Helden.